Die Clubhouse-App. In meiner Blase wird wahnsinnig viel darüber gesprochen und das hat auch zur Folge, dass wirklich wahnsinnig viele Leute bei mir anrufen und meinen, hey, du warst doch früher im Radio, hast viel auf der Bühne moderiert und auch Moderation und Medienpräsentation in Hamburg studiert, kannst du mir nicht Tipps geben für die Moderation von eben so einem Raum, denn ich möchte über dieses oder jenes Thema sprechen. Und weil das wirklich jetzt auch am Wochenende wahnsinnig viel vorgekommen ist, habe ich mir doch wirklich vorgenommen, jetzt genau dieses Video für dich aufzunehmen, weil gestern Abend habe ich von 8 bis 10 mit zwei Co-Moderatoren einen Raum mit über 100, 200 Leuten, ich weiß nicht genau, wie viele das es waren, moderiert und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also habe ich mich natürlich im Vorfeld auch vorbereitet, wie ich das ganze Teil moderieren soll und habe es dann auch noch selber erlebt. Also gebe ich dir hier Tipps und Tricks, die nicht nur erlernt, sondern eben auch erlebt sind mit auf den Weg, sodass dein Raum von Beginn an ein Erfolg sein wird. Mein Name ist Timo Weschle und auf diesem Kanal gibt es Tipps, Tricks und Insights für bessere Storytelling, Personal Branding und Videomarketing. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch bitte, gib mir einen Thumbs up und teile auch diese Episode mit jemandem, der oder die ebenfalls einen Clubhouse-Raum eröffnen möchte. Denn ich denke, auch ihm oder ihr werden diese Tipps sicher helfen. Hey, aber jetzt zuerst das Intro. Die Clubhouse-App. Für mich wirklich ein sehr tolles und auch spannendes Phänomen. Nicht nur, weil ich Talkradio schon immer gern hatte, weil ich schon immer gern so dieses Stammtisch-Feeling auch hatte und ich auch natürlich als wissbegieriger Mensch sehr, sehr gerne lerne. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir ein bisschen locked down sind, wie man so schön sagen kann, ist es natürlich eben auch schön, mit Menschen noch ein bisschen mehr in Austausch zu treten. Und gerade weil es eben kein Bild mit dabei hat, hat es auch eine sehr kleinere Schwelle für ganz viele Menschen, sich da auch zu outen, teilhaben zu lassen und so weiter. Und deswegen gibt es für mich wirklich wahnsinnig viele spannende Aspekte. Ich verstehe natürlich auch all die Negativkritik. Erstens natürlich mit dem Datenschutz. Zweitens auch das Elitäre. Obwohl, das muss man, finde ich, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und das macht irgendwie auch den Reiz aus. Der Reiz macht irgendwie aus, dass es ist wie so ein amerikanischer Country Club, kommt es mir vor. Wo du eben bei Invitation Only oder eben auch auf Empfehlung erst reingelassen wirst. Und ich kenne das aus der Schweiz. In Deutschland gibt es das sicher auch und in Österreich bestimmt auch, dass es Clubs gibt, wo du eine Empfehlung brauchst, weil du nicht einfach nur rein willst, um zu schauen, sondern weil du halt eben auch eine Connection hast bzw. einen Mehrwert bieten kannst. Und deswegen verstehe ich diese Politik. Und ja, natürlich weckt es auch Begehrlichkeit, dieses Fear of Missing Out. Das ist definitiv nicht von der Hand zu weisen, dass das natürlich eben auch dem Hype beiträglich ist aus einer Storytelling-Expertenperspektive. Aber wir sprechen ja nicht über Clubhouse und was es ist und was das spannend ist, sondern wir sprechen über die Moderationstricks. Also starten wir damit. Wenn du dir jetzt also dieses Clubhouse vorstellst, diesen Country Club, dann finde ich es wahnsinnig wichtig, dass wenn du einen Raum eröffnest oder du dich mit diesem App auseinandersetzt, dass du das so siehst, als hätte es da drin ganz viele verschiedene Tische. Weil es gibt sehr viele, die moderieren und meinen, komm zu uns hoch aufs Podium oder komm auf die Bühne. Und das würde ich dir nicht empfehlen, weil das macht gerade wieder so ein Ich-Oben-Du-Unten-Groove, wo ich einfach nicht geil finde und ich auch in meinen Räumen nicht haben wollen würde. Und deswegen spreche ich von Tischen. Kommt doch an unseren Tisch, setzt euch dazu. Und so ist natürlich auch die Barriere und so dieses Elitäre auch schon weg und das Ganze wird viel freier und eben auch lebendiger. Und wenn du in dieser Metapher drin bleibst, dass wirklich alles auf einer Bühne stattfindet und in der Storytelling- bzw. Kommunikations-Politologie würde man sagen, ich bin okay, du bist okay, dann ist das der erste und der zweite Tipp. Begegnet euch und begegnet deinen Gästen auf Augenhöhe. Damit du das kannst, und so eine Moderation ist ja immer auch mit Adrenalin verbunden, mit einer gewissen Unsicherheit, wenn man es das erste Mal macht. Deswegen lohnt es sich, sich im Vorfeld vorzubereiten. Ich sage immer, das Glück bevorteilt den Vorbereiteten oder eben Champions are made off-season. Und was bedeutet das? Schreib dir die Geschichten auf, bzw. die Bullets, wo du besprechen willst. Vielleicht eine gewisse Dramaturgie. Bei mir ging es um die Selbstvermarktung. Dann bin ich eingestiegen, beispielsweise, was macht die gute Selbstvermarktung aus. Und dann ist es wie klar, dass man darüber spricht, was macht eigentlich eine starke Marke aus, weil Markt auch schon im Titel drin ist. Und nachher gehst du weiter runter und tauchst wirklich immer wie tiefer in diese Materie ein und das eben dialogisch am Tisch mit den Leuten, die dazukommen und eben ihren Beitrag leisten wollen. Und in dieser Vorbereitung ist es auch wichtig, dass du Rollen definierst. Weil gerade eben, wenn Adrenalin pumpt und du ein bisschen nervös bist, macht es natürlich Sinn, dass du nicht alleine bist und auch die Aufgaben verteilst. Wie zum Beispiel die Person, die Menschen hochholt, die hat die Rolle des Türstehers, damit der wirklich einfach die Menschen reinlassen kann und dort auch sagen kann, nein, den kenne ich vielleicht, den möchten wir hier nicht haben. Beziehungsweise der schaut auch, dass die Anzahl an Personen eben am Tisch nicht zu übervoll bleibt. Da gibt es auch verschiedene Richtlinien, beziehungsweise Ansichten, logischerweise, beispielsweise bei irgendwelchen Morning Talks oder Abends, Bring a Drink Geschichten. Dort spielt es ja wie keine Rolle, ob du einen Sechsertisch hast oder eben ein Achtertisch. Wenn du aber doch eher thematisch unterwegs bist, und das hat man diese Woche auch in einigen eben solcher Talks gesehen, macht es doch Sinn, dass man nicht mehr als sechs bis neun Menschen oben hat, weil die können ja nicht alle in einem richtig gut moderierten Raum, und was richtig gut moderiert ist, das kriegst du ja hier in diesem Video noch mit, die können ja nicht alle miteinander diskutieren. und deswegen schaut, dass die Moderatoren oben sind und eben zwei, drei aktive Leute und das nimmt auch wieder ein bisschen die Hürde, dass noch mehr Leute hinzukommen. Also dort oben oder beziehungsweise dort unten den Tisch schlank halten. Das ist ein sehr wertvoller weiterer Tipp und deswegen lohnt es sich beispielsweise, einen Türsteher zu haben. Dann, wenn ihr ein Dreiergespann seid, dann lohnt es sich natürlich, dass ihr dann auch noch eine Frau drin habt. Bei mir war das Sarandrina Schütz. Sie ist eine gekonnte Moderatorin. Das wollte ich auch haben, dass wirklich jemand mit mir zusammen auch ins Sparring gehen kann und eben beispielsweise die Bälle, die ich spiele, dass man die eben auch abgenommen bekommt. Und sie hatte die Funktion beispielsweise, den Refresh zu machen. Was ist ein Refresh? Der Refresh ist, dass du, weil es ist ja ein Kommen und Gehen. Die Menschen kommen, man hofft natürlich, dass die meisten bleiben, aber es kommen ja immer wieder welche dazu. Und dass man denen halt ebenfalls die Tür aufmacht, sagt, Hey, hallo, schön bist du da. Wir sprechen übrigens über das Thema. Du bist sehr gerne eingeladen, hochzukommen. Wenn du oben bist, und das ist wahnsinnig wichtig, der Hinweis, wenn du oben bist, schalte bitte dein Mikrofon auf Mute. Das ist auch eine weitere Funktion des Türstehers. Der schaut auch darauf, dass die Menschen dort auf Mute sind, weil wenn du oben Moderator bist, also dieses grüne Rundummelie mit dem Sternchen da hast, dann kannst du die Leute beispielsweise eben auch muten. Und im Refresh dort ist es auch wahnsinnig wichtig, finde ich, zu sagen, Hey, wir pflegen einen offenen, tollen, respektvollen Umgang. Wir möchten eure Fragen hören, bitte stellt sie uns. Und wenn ihr hochkommen wollt, dann klickt doch auf dieses Händchen, das ist das Raise Hand Händchen, und dann holen wir euch hoch. Wir, beispielsweise in einem Raum, wurde gesagt, wir geben unser Bestes, möglichst schnell deine Frage dran zu nehmen. Wir haben doch relativ viele Hände oben und habt ein bisschen Geduld. Ihr kommt alle noch dran. Und auch das fand ich wirklich toll. Weil, was wir dort oben als Moderatoren betreiben, das ist Storytelling. Und gutes Storytelling nimmt den Kunden an der Hand. Und wenn du ihm oder ihr sagst, Hey, du bist bald dabei oder bald dran, dann gibt das ihnen ein gutes Gefühl und dann bleiben sie auch länger. Und auch die anderen, die unten in der Audience sitzen, die merken, dass du wirklich respektvoll mit diesen Menschen umgehst und wirklich auch deren Meinungen hören willst. Weil das ist so der Trick. Und gerade diese Wertschätzung, diese zu zeigen, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Und auch der größte Unterschied, beispielsweise, wo man merkt, wenn jemand ein Moderator im Radio oder im Fernsehen ist und sich beispielsweise die Bühne nicht so gewohnt ist oder dieses Dialogische nicht so gewohnt ist, der muss gar nicht so viel mit solchen Tricks arbeiten, wie eben beispielsweise wertschätzende Floskeln oder Aussagen. Und das ist wirklich etwas wahnsinnig Wichtiges. Nimm das auch bei dir rein. Mach den Tisch möglichst flach. Mach die Bühne flach. Also, dass es wirklich keine Barriere gibt, an den Tisch zu sitzen und dort wirklich auch die Wertschätzung zu zeigen. Was ich gemerkt habe, und das war wirklich faszinierend, Ich musste relativ streng moderieren. Was bedeutet streng moderieren? Streng moderieren bedeutet, danke vielmals, Sarah, für deine. Und dann, dass du wirklich einfach wieder die nächste Person adressierst, eben jemand, der sich von der Audience an den Tisch gesetzt hat. Dass du sagst so, Hallo, teile bitte deine Ansichten mit uns. Was ist deine Meinung? Was ist dein Input zu diesem Thema? Oder hast du eine Frage? Und genau so war ich eigentlich permanent von der einen Antwort oder Aussage am Abnehmen und habe es dann wie weitergegeben. Und das Spannende war, und das war wirklich ziemlich stramm geführt, ich habe selten das Gespräch wirklich einfach meandrieren lassen, sondern habe dann wirklich einfach den Menschen das Wort erteilt. und das ist wirklich als wahnsinnig guter Umgang gewertet worden, dass ich das so stark gemacht habe. Ich habe im Nachhinein, also heute Morgen, sprich, ein paar Telefonate geführt und das ist wirklich von allen geschätzt worden, dass ich das so gemacht habe. Ich habe während den zwei Stunden, habe ich aber dreimal beispielsweise ein Open Mic gemacht. Ich habe eine Frage gestellt, beziehungsweise einen Input gegeben und habe dann gesagt, Open Mic, wer möchte antworten? Und genau so kannst du eben auch an der Hand nehmen und beispielsweise den Tipp geben, oder die Bühne wie öffnen für die Menschen, dass sie wie aufstehen können oder eben ihr Wort erheben können. Und auch das ist gut angekommen. So kannst du mit diesen zwei Elementen kannst du ziemlich gut spielen. Auf der einen Seite eben mit strammer Führung, strammer Zuweisung der Frage, der Beantwortung und dann eben halt dann auch wieder den Fächer öffnen und dann mit dem Open Mic arbeiten. So, wer möchte hierzu Stellung nehmen. Was ebenfalls etwas sehr Spannendes ist und das war auch ein Feedback auf gestern. Wir hatten zwei Personen bei uns im Raum, die haben etwas gesagt, das überhaupt nichts zum Thema hatte. Und dort wurde ich heute Morgen darauf hingewiesen, dass es gut gewesen wäre, wenn ich diesen Personen gesagt hätte, du übrigens, by the way, das ist jetzt nicht dem Thema dienlich. Danke vielmals, dass du diesen Gedanken mit uns teilen wolltest. Aber komm, wir bleiben beim Thema, wie siehst du das und dann wirklich aktiv nochmal eine Rückfrage stellen. Und dann gibt es natürlich so das Thema, wie geht man mit Menschen um, die wahnsinnig lange sprechen. Wenn dort gibt es die Möglichkeit, dass du gerade auch beim Briefing, beim Refresh sagst, übrigens by the way, alle am Tisch, alle oben am App, die sind auf stumm geschaltet, außer der Redner. und wenn es dann zu zu langer Redezeit kommt, dass dann der Moderator, also der Hauptmoderator, dass der sein Mikrofon entmutet. Und wenn er das entmutet, ist das ein Zeichen dafür, dass diese Person langsam auch zum Punkt kommen soll. Auch das finde ich etwas Tolles. Auch das sollte oder kann man beim Refresh erwähnen. Ebenfalls, was ich sehr toll finde, wenn das die Moderation macht, wenn sie sagt, dass man auch applaudieren kann in einem Raum. Und applaudieren funktioniert so, dass man mehrere Male auf diesen Mute-Button draufklickt, weil dann geht ja dort dieses Mute-Zeichen an und aus und das wird eben gerade bei Clubhouse als applaudieren gewertet. Das muss man auch zuerst mal wissen. Ist eine clevere Geschichte und zeigt auch die Wertschätzung des Publikums. Gerade auch die Audience unten kann natürlich eben auch applaudieren. Das sind eigentlich so zusammengefasst gerade mal die wichtigsten Tipps. Aber das ist eine momentane Sichtweise. Dieses App ist sich jetzt gerade noch so krass am Entwickeln. Ich werde diese Geschichte und natürlich eben auch die Do's und Don'ts noch weiter beobachten. Ich werde schauen, wie das sich entwickelt und werde dir natürlich auch ständig Updates geben. Ich bin mir auch am überlegen, ob ich einen Moderationskurs in Schweizerdeutsch am Dienstagabend geben soll. Wenn du Bock hast, könntest du ja da auch mit dabei sein. Habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich habe ich wahnsinnig viel vergessen, sonst mache ich dir ein Update demnächst. Ich hoffe, dass dir die paar Tipps geholfen haben, ein paar wertvolle Inputs gegeben haben. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest und gib mir einen Thumbs up, wenn du diese Episode und die Tipps und Tricks spannend, inspirierend oder toll fandest. Und eben teil sie mit jemandem, der ebenfalls einen Raum öffnen möchte. Hey, ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit all deinen Erfahrungen auf dieser neuen App. Wenn du Fragen an mich hast, dann stell sie einfach wirklich ganz easy. Du kannst mich auch gerne anrufen oder schreib sie mir in die Kommentare. Ich würde mich drüber freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, gute Gespräche und viel Erfolg bei allem, was du so tust. Tage wieder? Ja. Ich wünsche euch das Ganze nicht zu dir,